Das sagt mir leider nicht viel, weil, also, was heißt, Schick ist... Oh, zwei Meter ist das breit, fast. Das ist natürlich am breitesten. Länge. Das ist natürlich auch ein sehr länges Auto. Oh, es hat was, finde ich. Hat auf jeden Fall was Stylisches, finde ich. Also, mir gefallen ja so relativ retro-mäßige Autos. Also, ich mag diese alten amerikanischen Autos.